wieder ich bin bei Receiving, mein Inventar sehe ich aber schon so ich komme das wollte ich gar nicht wissen hahaha was hast du von mir ich sehe nichts alter ist das hell, alter ist das hell boah sieht das geil aus was denn? ja und hier ist der Regen regnet's? ah hier ist Loot regnet's bei dir? cool wow ein Hammer, geil das hat ne Hose, da läuft jemand in der Hose rum ne Black Jeans doch, hey es regnet im Haus jetzt regnet's oh geil mit dem Regen ey guck mal wie die Kamera auch so regentropfen ab ne doch nicht das sieht nur so aus endlich mal duschen portable gas lamp ne, hä? portable das würde ich aber mal ich nehme nie mal mit ich möchte mal wissen ob man da mit ähm ne Gaslampe ne komm schmeiß weg wir haben ne Taschenlampe oder? isst du gerade? ich hab ne soda hier unter runter krabbeln ey das mit dem Regen sieht so geil aus ich hoffe nicht dass wir uns irgendwie auskühlen ja das dauert aber ein bisschen bis das geht kann's auch im Meer auskühlen aber das sieht irgendwie so geil aus aber das ist auch ein bisschen nervig nämlich was? ja ich hab dich verarschen der Regen ist richtig cool der Regen ist immer weg der Regen ist immer weg vorm die Wolken sehen auch so ja hat aufgehört zu regnen bei mir wow hat's ja lang nö bei mir nicht jetzt hat's wie angefangen ich hab's wieder angefangen ey hier liegt Handschuhe Badly Damaged ja wenigstens etwas ne noch ne Hose was wie ne Hose naja wie eine ganz normale Hose ne Jeans guck mal das läuft doch schon besser oder? ne 4 Slots ja ist nicht so die feine Art Serverhopper aber wenn wir wirklich gar nichts sind ist natürlich auch ein bisschen scheiße der ist wahrscheinlich gerade erst neu gestartet denke ich mir mal oder hier war einfach noch keiner hier war jemand oh hier war jemand was ich geil finde die haben den Masken aus Payday mit eingebeut wenn das richtig sehe ne the pit and the pendulum nehmen jemand war hier wetten ja ich weiß aber der hat irgendwas gesammelt sollen wir die Axt mal rausholen aber wir haben ja Voice das ist ein deutscher Server ne hab ich recht ja ja vielleicht sind die dann auch sprechen dann auch deutsch ja vielleicht sind die auch freundlich einfach mal hier sind ja viele angeblich in der Standalone wir müssen uns ja aufpassen aufpassen da in einem Haus sieht viel sieht so aus als ob da viel liegt aber halt die Augen offen ne ja ich will nicht alleine nieren allein laufen ehrlich gesagt kommst du mit? welches wohl bitte? so dieses Haus da hat dieses große größere meine Maske ist geil okay ich hab ne coole Sonnenbrille eine Pilotenbrille ja ok ich nehm hier auch mal die Axt raus boah ich dachte gerade wär einer was hast du? hier ist scheinbar nichts hier ist ein kaputter äh wo hast du hier in allen Räumen schon? hier liegt ein Rohr noch an Rohrdings ja den brauchst du aber nicht der hat keinen Schaden hab ich gehört und das nicht die Gebäude wo ähm ja noch keinen Schaden das ist ein bisschen doof also an an ähm Zombies kann ich das verstehen weil ne Axt schneidet halt ein bisschen ach nöh was ist das denn? Black-USSanka ich glaub die wärmt ein bisschen oder? mit Glück ich hab ne Rotten BananaW limp wo bist denn du? wie hier in diesem Maschinenraum Large Sollen wir nicht irgendwie zu nem Brunnen laufen? hier ist doch bestimmt ich wollte trinken das ist aber nicht leer vielleicht reicht das ja schon wo liegt das denn jetzt das liegt bei mir auch nirgendwo das dauert doch also die Banane möchte ich da nicht gerne essen das trinken weggelutscht das wäre scheiße doch hier ist es jetzt ist die Banane warum hast du jetzt gesprochen da ist es ja gut hallo hat da wie 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 welches internet hat dieser die zielse wieder heißt ich finde das geräusch so witzig deine maske ist aber ziemlich kaputt wie das aussieht wenn die lampe da durchglitscht behalte die erstmal die dose so da ist auch noch ein gebäude sollen wir da rein nicht essen doch nein die ist rotten ja und du kannst davon krank werden krank ja wo bist du rausgegangen hier aus dem seitenausgang oder vorne ja stehe ich doch wenn meine achse da einfach so ein bisschen kacke gemacht ich drücke dauernd er wie bei Skyrim zum weg ja ein bisschen blöd ist dass man doppelklick machen muss hier die hundehütte da kann aber was rum sporen ein hund ich habe meine uhr in der hundehütte gefunden bei der Löcher bei dir hinter dir ja braucht aber brauchen wir aber nicht noch eine hose kalender nichts hier ist nichts mehr hier gehe nicht auf das ist echt scheiße die maske unter dem helm ich komme runter ich will den helm nicht mehr tragen was hast du da für eine geile mütze ja so eine äh so eine ushaka so eine russische mütze alter ich glaube ich bin immer mit dem feuerlöscher an dem klavier erschlagen worden ja ich lasse meine achse gerade draußen regnet aufgehört nur bei mir regnet es wieder immer noch bei mir fängt es wieder anwenden wo ich hast du diese Tore hältst du es auf? eben schon da da ist einer wo? ah da friendly ja ich hoffe ihr euch auch er ist deutsch deutsch? wo gehst du? sprichst du deutsch? ja ok hallo keine ahnung wir suchen nur nach essen ja ich suche auch nach essen und nach mehr eigentlich aber ich find irgendwie nix ja wir waren eben auf dem anderen server da war nix mehr deswegen sind wir jetzt auf dem deswegen lauf dir nach äh äh hier hier lauf dir zum ersten trip kann man machen ups kann man machen aber aber weil ich geh gleich hin ey wie krass es jetzt regnet pfff ey ich wusste dass der deutsch spricht das hört man was? was? wie dachte er? okay ja wir kommen einfach mit ich hätte die andere axt nicht wegschmeißen können sollen ja 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 wir haben einen freund gefunden mit einer hässlichen mütze was? mit einer hässlichen mütze ich find die cool coole mütze übrigens was? hä what hä hallo wo bist der hin wtf hä wo ist der hin hallo frag ihm ob er noch da ist frag du doch das ist ne vogelscheuche hallo aber rennt er dich fractionsen jetzt weg Wut? Hier ist ein Sack. Wo bist du jetzt hin? Ich weiß es nicht! Wo bist du jetzt hin? Ich weiß es nicht! Sehst du die Kirche? Ja, ich seh die Kirche. Ja, lass mal da treffen. Da kann ich mich auch rein. Warte mal, ich glaub ich hab den gesehen, oder? Vielleicht auch mich. Hä? Glitche, hä? Aber rennt er durch die Wand und ist weg. Hä? Hallo? Ah, dich hab ich noch gehört. Bebeband, freu ich nicht. Du bist durch die Wand gerannt und warst plötzlich weg. Wenn du noch da bist, sag was. Naja. Wo bist du denn jetzt, Dave? Vor der Kirche. Ich bin auch bei der Kirche. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Weißt du grad um die Mauer? Ja, ich bin drin. Ich bin jetzt vor der Kirche gerade. Oh, okay. Hä? Das gibt's doch nicht! Hä? Oh, fuck. Kann ich einfach mit dem Regenwasser? Jetzt sind wir auch noch schlecht. Ich bin krank. Ja! Warum wohl? Warte, hab ich nicht irgendwie. Versuch mal. Ne, Vitamine bringen nichts. Die bringen nur was beim Zittern, glaub ich. Das gibt's doch nicht! Hä? Was war das denn? Was? Was? Ein Bildung war der bestimmt nur. Ja, ja. War nur nicht auf Aufnahme und so. Der war einfach weg! Hä? Der war einfach weg! Läuft einfach durch die Wand! Und dann weg! Auf geht! Blup, blaum! Flugflups, flupflupflupflupflupf! Zum Airfield wollte der, ne? Vielleicht es finden wir treffen wir den jetzt nochmal. Ja, ich weiß was Airfield ist. Oh, gut. Das sagt dann mit denen der hat der Regen auf. Wie hieß der denn?! Haben wir jetzt gar nicht gesagt, ne? Ehh. Ist der Wüstenberg? Die haben wir auch durch die Wand gelaufen oder? Jetzt hast du sogar eine Aufnahme. Hier liegt ein Baseballschläger und was? Eine roten Kiwi. Eine Kiwi. Willst du essen? Nein. Okay, dann lassen wir die Straße weiter langlaufen. Vielleicht sehen wir den ja nochmal. Okay, ich komme. Ist das schon ein Global Chat? Ne. Das habe ich jetzt echt ohne Witz. Was war das denn? Vielleicht hat er sich auch ausgelockt, einfach irgendwie. Server gewechselt. Ja, aber der hat den Disconnect. Ne, das hätte er da gestanden. Wo bist du? Bist du gerade aus der Straße gewesen? Ja. Okay, ich dachte, der wäre da schon wieder gewesen. Ach, da warst du. Ey, der Regen ist richtig cool. Aber wir sind auch wieder weg. Kommt aber gleich wieder wenden. Was? Ich lauf mal die Straße weiter. Ne, du musst mal, ich weiß nicht, vielleicht sind deine Grafiken eigentlich schon ein bisschen niedriger als meine. Nö, aber der ist nur ganz kurz weg, dann kommt er wieder. Ich weiß nicht, wieso, aber... Mir stört's nicht. Wartest du kurz und laufen wir hintereinander, oder? Da ist irgendeine Hütte. Eine ganz kleine. Eine Jägerhütte. Na, aber da ist nie was Gutes drin. Jetzt habe ich dich verloren. Ich bin jetzt hinter dir. Oh, du Schwasti! Einfach die Straße weiter, die Straße weiter folgen oder die Schienen, dann können wir die Schienen, dann können wir die Schienen vollkommen. Nö, es sind statt. Aber was war das denn jetzt, bitte? Hm. Ah, ne Hose. Ah, ne Hose! Toll, ne Hose! Ja, ich hab jetzt damit gerechnet, dass da ein T-Shirt wird, das man mitnehmen hätte können, zu zerreißen. Nö. Das wär jetzt wirklich sehr kumm. Ah, da ist der Regen wieder bei mir. Mhm. Aber eben war der ganz kurz übertrieben stark. Der... Merkst, dass der... Das... Es gibt auch richtig Wind! Und so. Mhm. Und du stehst, da guckst du einfach in den Himmel. Und die Wolken, wie die da lang ziehen, sieht richtig geil aus mit dem Sonneneinspruch. Das sind diese... 3D-Wolken, glaube ich, oder? Ja. Erstmal gegen den Baum rennen. Lassen wir weiterlaufen. Wenn wir in die andere Richtung laufen könnten, dann würden wir in Richtung Zivilia... Zivilia... Ja, das finde ich... Es ist aber jetzt gerade ein bisschen doof. Wir hätten mit dem voll cool rumlaufen können. Ah, meinst du das da hinten? Ja, da ist genau das Boot. Das ist neu. Guck mal, laufen wir instinktiv schon hin. Da wollte ich hin, diese Aufnahme. Das sieht richtig cool aus, oder? Ich geb' da noch eins. Da ist am Ende der Map, da ganz oben. Und da ist einfach nur so ein Wrack was gesunken. Wenn man so ein Teil rausguckt, das ist aber richtig... Nein, nein, das ist das Neue. Ja, ich weiß schon was du meinst. Da ist da was drin. Jetzt ist der Regen weg. Aber mit einem Leck ist der weggegangen, so. Erstmal ein Leck und dann... Wupp! Warum steht da ein Stein? Wo? Der riesen Felsbrocken, komm mal mit. Da! Achso. Da sind die Marios gewesen. Naja. Das sind die Illuminaten, das soll eigentlich ein Auge darstellen. Das soll eigentlich kein Auge darstellen. Das ist aus England hierher gekommen. Das ist Stone Age. Achso. Wegen der Zombie Apokalos. Du hattest keinen Bock mehr in England, ne? Ist das nicht in Wales? Ich hab keine Ahnung wo das war. Wo ist das immer? Hatte ich früher als Windows Hintergrund oder so. Wuuuuuuuuuuu. Halt, wie geil ist das anders wenn man hier läuft. Okay, I really need to drink. Dave? Wiggle! Dave! Der Wiggeltanz! Wiggle! 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 Boah! Wie weit vorne rennst du? Bleib mal stehen! Nein. Ich bin hungrig.